Gesund durchs Beten? Ich zeige dir interessante Erkenntnisse. Haben sich mal mit der Frage befasst, ob Beten Sinn hat. Es gibt einen amerikanischen Autor, der steht auf ihrer Liste drauf, Dossi, der berichtet von wissenschaftlichen Versuchen zum Beten. Man hat zum Beispiel schwer herzkranke Patienten, die irgendeine Operation durchlaufen müssen, Bypass oder sowas, 300 ungefähr, nein fast 400, in zwei Gruppen eingeteilt. Für die eine Gruppe wurde gebetet, für die andere nicht. Es sind bahnbrechende Dinge dabei herausgekommen. Gewisse Prozesse, die normalerweise ablaufen, wo man den Leuten vielleicht an so eine künstliche Luftader legen muss oder irgend sowas, diese Komplikationen traten bei der Gruppe, für die gebetet wurde, überhaupt nicht ein. Viel weniger Komplikationen, viel weniger Medikamente wurden gebraucht, die Leute waren früher wieder auf und früher gesund. Wie du hier sehen kannst, Larry Dossi, 1940 geboren in Texas, ein Arzt und Autor. Ganz spannend, er hat eben beispielsweise auch mit Deepak Chopra zusammengearbeitet und ist ein Bestsellerautor. Das heißt, er hat viele Millionen Leute erreicht mit seinen Büchern und seinen Beiträgen. Und natürlich ist er nicht kritikfrei. Viele, die anhand der etablierten Medizin diese neuen Erkenntnisse bewerten, sind natürlich sehr kritisch, weil das natürlich das bisherige Weltbild in Frage stellt. Also insofern nicht verwunderlich, dass er viele Kritiker hat. Dieses Interview werde ich dir mal unten verlinken. Aus meiner Sicht vollste Empfehlung, um die Denkweise und auch die Erkenntnisse von Dossi besser zu verstehen. Gebet ist Verbundenheit und Einheit mit anderen Menschen. Ich glaube nicht, dass daran etwas Geheimnisvolles ist. Wenn man die Geschichte der letzten 3000 Jahre liest, sind Menschen darauf gestoßen. Daran ist nichts Originelles. Also insofern aus meiner Sicht erfrischend, dass er jetzt nicht seine Erkenntnis auf einen hohen Thron packt, sondern sagt, hey, das gibt es schon viele tausend Jahre und wir können das jetzt hier gerade wiederentdecken. Was ich auch sehr wichtig finde, ist seine Aussage zur Wissenschafts-Community, wie es hier heißt. Ich finde es eine Schande, dass wir in unserem sogenannten wissenschaftlichen Zeitalter sagen, dass Heilung durch Gebet nicht möglich sei und dem nicht einmal Beachtung schenken. Das ist falsch. Wenn das nicht wissenschaftlich ist, dann ist es nichts. Die Studien wurden in randomisierten, kontrollierten Umgebungen in Krankenhäusern und Kliniken durchgeführt. Und der einzige Grund, warum Menschen dem keine Aufmerksamkeit schenken wollen, sind ihre Glaubenssysteme. Sie haben beschlossen, dass das nicht passieren kann, dass das nicht passiert und dass ihnen die Beweise egal sind. Das ist natürlich jetzt ins Deutsche übersetzt, im Englischen bestimmt ein bisschen flüssiger beschrieben. Aber wichtig ist zu verstehen, dass die Denkweise auch in der Betrachtung von wissenschaftlichen Erkenntnissen ein Einfluss spielt. Es gibt auch hier den sogenannten Beobachter-Effekt. Kann ich diese neuen Informationen überhaupt zulassen und bin ich dafür offen oder lässt mein Weltbild das gar nicht zu? Das sind auch Effekte, die hier in der Bewertung eine Rolle spielen. Für alle, die etwas tiefer reinschauen wollen, Journal of Scientific Exploration von 96. Eine dieser Erkenntnisse aus den 90er Jahren, die aus meiner Sicht pionierhaft sind. Und hier heißt es dann entsprechend, dass Leute mit Depressionen, mit Ferngebeten behandelt wurden. Das heißt Distance Healing bei den Leuten, die im Depressiv waren, mit spannenden Erkenntnissen. Also für alle, die es interessiert, ich schicke dir den Link unten mit rein. Wichtig ist eben zu sehen, dass Dossier selbst auch Autor war. Und wie du ja sehen kannst, mit sehr, sehr schönen Rezensionen und sehr, sehr vielfältigen positiven Rezensionen. Das heißt, das eine ist natürlich, wie die Wissenschaftskommunity ihn auch kritisch betrachtet. Das andere ist, was die Leute selbst sagen. Und das ist hier anhand dieser Buchrezension zumindest überwiegend positiv. Was ich hier sehr schön finde, auch von einer Rezension, die gar nicht mal so positiv bewertet ist. Also selbst wenn man nicht daran glaubt, man hat nichts zu verlieren, weil es kostenlos ist, jetzt im Prinzip gar keine Nebenwirkungen hat. Wenn ich jetzt da jemanden begleite, mit meinen Gebeten wieder gesund zu werden, ja, was gibt es zu verlieren? Was ich hier noch empfehlen möchte, ist das Interview mit Oprah Winfrey, die ich persönlich jetzt nicht so toll finde. Aber Larry Dossier sagt hier sehr, sehr spannende Sachen. Und zwar, wie er einerseits auf das Thema gekommen ist, wie er seine Studien durchgeführt hat. Placebo kontrolliert, ja, mit klinischen Kriterien ausgestattet, also wirklich auch strenge Standards angewendet. Und zum Dritten hat er auch beschrieben, wie er mit Kritik umgeht. Ja, das heißt, wie auch er mit seinen Erkenntnissen relativ neu in das ganze medizinische Feld gestoßen ist. Das heißt, ist denn Heilung auch eben begleitend möglich mit Hilfe von Gebeten? Auf seine Studien folgend gab es viele neue Erkenntnisse, auch neue Studien, die in den 90er Jahren gestartet wurden. Und das ist aus meiner Sicht sehr spannend, weil er hier mal selbst zu Wort kommt und seine Lebensgeschichte beschreibt, beziehungsweise auch seinen Werdegang beschreibt. Was ich noch persönlich anmerken möchte, ist die Brücke zu einem neueren Autor, und zwar Dr. Joe Dispenza, auch sehr berühmt, in Amerika insbesondere. Und da geht es beispielsweise bei ihm um die Frage, ja, wer ist denn nun das Placebo? Ja, das heißt, bist du nicht selbst im Prinzip das Placebo, dich durch deine Gedanken auszurichten und auch zu heilen, möglicherweise? Da geht er auf spannende Erkenntnisse ein, dass aus seiner Sicht Bewusstsein bestimmend ist für die materielle Welt, auch die körperliche Welt, wie ich finde, ganz, ganz spannende Erkenntnisse. Auch da natürlich nicht kritikfrei, ganz klar, aber wer ist das schon, ist die andere Frage. Ich werde noch mal in einem der nächsten Videos das Thema Placebo-Effekt etwas genauer betrachten, wie ich finde, eines der bemerkenswertesten Phänomene, auch beispielsweise Ärzte im Alltag, die Bedeutung von dem Placebo-Effekt noch gar nicht voll durchdrungen haben. Was heißt das eigentlich, wenn man jetzt ein Placebo hat und feststellt, ja, dass die Wirkung vielleicht trotzdem eben da ist, obwohl der Wirkstoff fehlt? Ja, muss ich dann überhaupt in jedem Fall ein Medikament mit Wirkstoff wirklich verabreichen? Das sind ja ganz wesentliche Fragen, die sich daran anknüpfen. Darauf möchte ich in den nächsten Videos etwas mehr eingehen. Wenn dich das interessiert, dann abonniere den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Ganz wichtig, wenn dich das Thema Gesundheit interessiert und du findest, dass auch andere Leute diese Videos sehen sollten, dann gib dem Video ein Like, um mehr Reichweite für dieses Thema zu ermöglichen. Allerbesten Dank für deine Unterstützung, danke für dein Abo und bis bald. Hey, hier noch ein paar Infos von eigener Sache. Nein, doch. Ich möchte dich auf meine Online-Kurse hinweisen, wo ich dir beispielsweise zeige, wie du deinen Bluthochdruck natürlich senken kannst. Oder dir die gesundheitsförderlichen Wirkungen von Gewürzen und Kräutern zeige. Also wenn dich das interessiert, dann schau gerne mal rein, auf meiner Website. Wenn du möchtest, kriegst du auch was auf die Ohren. Vom 1.4. bis zum 30.06. kannst du 17% sparen mit dem Rabattcode RABATT17. Diesen Rabattcode kannst du auf alle meine Hörbücher anwenden. Es geht bei meinen Hörbüchern um das Thema Entspannung, Stressbewältigung, aber auch authentische Lebensweisen für ein gesundes und selbstbestimmtes Leben. Wenn dich das interessiert, dann schau gerne auf meine Website. Danke für deinen Besuch und bis bald. Vielen Dank.